Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch die Becherbegleitung für unseren Refrain beim Schlusslied im Krippenspiel zeigen. Ihr braucht dazu einen Plastikbecher und eine glatte, edene Unterlage. Als Hauptmotiv kommt immer wieder vor, schieb, Kopf, steh. Okay, es ist wichtig, dass ihr den Becher an der Seite anfasst, nicht von oben, sonst habt ihr ein Problem beim Kopf. Also immer an der Seite anfassen und dann einfach nur die Hand drehen. Schieb, Kopf, steh. Machen wir es mal zusammen. Schieb, Kopf, steh. Und nochmal. Schieb, Kopf, steh. Beim ersten Mal kommt jetzt nach diesem Schieb, Kopf, steh, ein Klatsch dahinter. Machen wir das mal. Schieb, Kopf, steh, klatsch. Und nochmal. Schieb, Kopf, steh, klatsch. Beim nächsten Mal kommt statt des Klatschens ein Hau drauf. Machen wir das. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf. Und nochmal. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf. Jetzt beides hintereinander. Zuerst klatschen, dann zweitmal Hau drauf. Schieb, Kopf, steh, klatsch. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf. Jetzt kommt wieder das mit dem Klatschen. Kennen wir ja schon. Und zum Schluss kommt eine Kombination aus Hau drauf und Klatsch. Ich mach's einmal vor. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, klatsch. Und zusammen. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, klatsch. Zur Sicherheit auch mal. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, klatsch. Jetzt alles hintereinander. Klatschen, Hau drauf, klatsch, Hau drauf, klatsch. Schieb, Kopf, steh, klatsch. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, schieb, Kopf, steh, Katsch. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, klatsch. Jetzt ein bisschen schneller. Schieb, Kopf, steh, klatsch. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, schieb, Kopf, steh, Hau drauf, klatsch. Jetzt machen wir es mit zu dem Playback dazu, wie wir es auch bei der Aufnahme machen werden. Wir hören also den Refrain. Beim ersten Mal machen wir noch nichts. Da hören wir nur, da singen wir hinterher. Beim zweiten Mal steigen wir ein mit unserer Becherbegleitung und machen es auch das dritte Mal weiter. Also zweimal direkt hintereinander. Jetzt wird nur gesungen. Wir machen also nichts. Achtung, geht gleich los. Noch mal. Schieb, Kopf, steh, Hau drauf, klatsch. Das war die Becherbegleitung für unseren Refrain. Viel Spaß beim Üben. Das war die Becherbegleitung für unsere Becherbegleitung. though wir vielleicht fünfglocke. Das war die Becherbegleitung. Das war die Becherbegleitung. Es tut mir, ich glaube, es tut mir, es tut mir. Das war die Becherbegleitung.